Zum 12. Mal lädt die Stadt Finsterwalde am 17. und 18. August ein zum Beach Cup auf den Marktplatz. Am 17. August werden wieder die Zweierteams das Spielgeschehen bestimmen, am 18. August die Viererteams. 500 Tonnen Sand werden auch dieses Mal wieder für echtes Beachfeeling sorgen. Hinzu kommen weitere 20 Tonnen für die Kinderspielecke. Die beliebte Zuschauertribüne wird natürlich ebenfalls wieder aufgestellt. Für die reibungslose Durchführung zeichnen sich wieder die Typhoons von Fortuna Finsterwalde verantwortlich mit tatkräftiger Unterstützung der Sparkasse Elbe-Elster. Die 2x40 Starterplätze waren dieses Mal binnen vier Wochen weg, sodass das Turnier bereits jetzt ausgebucht ist. Gäste und Spieler können sich zudem wieder über das einladende Rahmenprogramm freuen. So werden selbstverständlich wieder die Finsterwalder Sänger mit von der Partie sein und die allseits bekannten Weberknechte werden musikalisch ebenfalls ordentlich einheizen. Der Finsterwalder Beach Cup auf dem dortigen Marktplatz startet am 17. und 18. August um jeweils 9 Uhr.